Willkommen zu einer neuen Folge von Softwarearchitektur als Beruf. Wer bist du? Mein Name ist Anja Kammer. Ich komme ursprünglich aus Berlin, aber ich lebe und arbeite in Brandenburg und genieße demnach die neu gewonnene Ruhr außerhalb der Großstadt. Was machst du? Mein Tagesgeschäft ist die Projektarbeit. Also ich bin Entwicklerin im Backend für Cloud-Native-Webanwendungen und bei der Großteil meiner Arbeit beschäftige ich mich mit Infrastrukturarchitektur und der Plattformentwicklung. Ich bin aber auch typische Beraterin. Ich halte Vorträge und schreibe Artikel zu verschiedenen Themen, also DevOps, Software-Delivery-Prozesse wie GitOps und aber auch Organisationsstrukturen. Ich führe auch sozio-technische Architektur-Reviews durch in großen Unternehmen und dabei geht es so um das Zusammenspiel von Organisationsstrukturen und Softwarearchitektur. Dann bin ich aber auch noch Trainerin für das Isacobi Advanced-Level-Training Cloud-Infra oder auch Cloud-Infrastruktur. Und da geht es in erster Linie um Cloud-Architektur. Es ist ja auch ein Architektur-Training. Ich bin aber auch freiberuflich tätig und zwar als Lehrbeauftragte für die Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Und da führe ich den Kurs durch DevOps und Site Reliability Engineering. Was steht auf deiner Visitenkarte? Ich habe gar keine aktuelle Karte mehr, aber wenn ich eine hätte, dann würde Senior Consultant draufstehen. Ich darf also als Beraterin bei Kundinnen auf der Matte stehen, aber auch aktiv Software entwickeln. Wie bist du da hingekommen? Eigentlich bin ich ausgebildete Bibliotheksassistentin. Das konnte ich aber auch nur ein paar Jahre machen, größtenteils auch nur samstags, beziehungsweise direkt nach meiner Ausbildung wurden Ausleih- und Rückgabeautomaten in den Bibliotheken Berlins installiert. Und ja, damit gibt es einfach zu viele ausgebildete Leute auf dem Markt für immer weniger Arbeitsplätze. Ich habe dann also nach meiner Ausbildung und der Arbeit als Bibliotheksassistentin mein Hobby zum Beruf gemacht. Und das war Webseiten bauen, zuerst nur freiberuflich, neben dem Samstagdienst in der Bibliothek sozusagen. Das war aber nur eine Notlösung. Ich wollte mich eigentlich anstellen lassen von Unternehmen, aber ich hatte halt keine einschlägige IT-Ausbildung. Und zur Überbrückung, bis ich eine Stelle als Webentwicklerin bekommen konnte, habe ich dann im Callcenter gearbeitet von einem großen Webhosting-Anbieter. Im Grunde habe ich dort IT-Support für Webhosting und DNS-Services gemacht. Dann habe ich erfahren, dass man auch ohne Abitur studieren kann. Ich habe dann also ein Medieninformatikstudium begonnen. Da hatte ich aber auch nur Glück wegen meines Ausbildungsberufs. Durch meine Ausbildung habe ich eine Hochschulzugangsberechtigung erhalten, weil der moderne Name des Berufs der Bibliotheksassistentin enthält nämlich die Worte Medien und Information, und zwar Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste. Also ist ja schon fast Medieninformatik. Ja, und deswegen durfte ich dann Medieninformatik studieren. Und direkt im ersten Semester meines Studiums habe ich dann einen Job in einem Software-Startup bekommen. Und da habe ich dem Startup im Wachsen zugesehen und begleitet über die Jahre. Dann war ich Informatiktutorin an meiner Universität während der Masterarbeit. Und nach meinem Masterabschluss bin ich dann zu InnoQ gekommen. Was hat dich zuerst in den IT-Bereich hineingezogen? Zuerst das Webseitenbauen als Jugendliche mit Self-HTML und Quelltext-Anzeigen im Webbrowser so mit 13 Jahren. Dann später war ich auch von der Demo-Szene fasziniert. Ich habe dabei nie selbst was in der Richtung gemacht. Für mich sind das auch sowas wie Götter. Welche Rolle spielt Software-Architektur in deinem beruflichen Leben? Also ich finde Organisationen, damit meine ich Struktur und Kommunikation, sind essentiell für die Softwareentwicklung, um performant halt wertvolle Software ausliefern zu können. Und ich beschäftige mich also auch mit sozio-technischen Betrachtungen und Strategien. Und ich glaube auch, dass Softwareentwicklerinnen auch Architektinnen sind. Mindestens entscheiden sie tagtäglich über die Mikro-Architektur in so einem Softwareprojekt. Und ich finde, Architekturentscheidungen sollten aber auch idealerweise immer im Team getroffen werden. Also durch die diversen Erfahrungen und Blickwinkel und verschiedene technischen Hintergründe kann man viel besser Architekturentscheidungen treffen als eine einzelne Person. Zumindest wenn es um Mikro-Architekturentscheidungen geht im Team. Was war dein schlimmster beruflicher Moment? Mein schlimmster Moment war, in einem tollen Unternehmen kündigen zu müssen, weil ich gegen eine gläserne Decke gestoßen bin. Und man sagt ja so schön, man kündigt nur wegen des Managements. Und das war auch bei mir der Fall. Es hat sehr wehgetan, weil ich noch viel hätte lernen können. Und die Kolleginnen waren toll. Aber ich wurde halt auch blockiert in meinem beruflichen Werdegang, in meiner Weiterentwicklung. Und ich muss sagen, das war eine sehr gute Entscheidung, obwohl es eine sehr harte Entscheidung war. Was ist die wichtigste nicht-technische Fertigkeit, die dir in deinem Beruf geholfen hat? Also am meisten geholfen hat mir Organisationsfähigkeit, eine gute Planung, ja, generell den Überblick behalten zu können. Ich habe aber auch ein gutes Gespür für die Ziele und Bedürfnisse meiner Mitmenschen. Es hilft auch dabei, Diskussionen in die richtige Richtung lenken zu können. Auf welche beruflichen Ziele konzentrierst du dich derzeit? Ich möchte vor allem besser werden, mehr lernen, mehr lernen von anderen, zum Beispiel durch meine Teammitglieder, aber auch lernen durch immer neue Herausforderungen zum Beispiel. Ich möchte zum Beispiel auch mehr sozio-technische Architektur-Reviews machen in Unternehmen. Ich möchte die vielen verschiedenen Realitäten in IT-getriebenen Unternehmen kennenlernen. Das finde ich wirklich sehr wertvoll. Was ist die Einschränkung an deinem Beruf? Also mir persönlich fällt es sehr schwer, rechtzeitig Feiern zu machen, wenn ich spannende Probleme löse. Das muss man wirklich im Blick behalten. Was auch nicht hilfreich dabei ist, ist der Zeitdruck. Ja, durch immer neue Anforderungen und fixe Deadlines. Drei Ratschläge an dein 18-jähriges Ich. Also ein paar Ratschläge wären schon gut gewesen, um einfach schneller und mit weniger Tränen durch meinen beruflichen Werdegang zu kommen. Zum Beispiel der erste Ratschläge wäre, trau dir mehr zu, alle kochen nur mit Wasser. Das habe ich, obwohl das habe ich so mit 20, habe ich das erkannt das erste Mal und seitdem traue ich mir mehr zu und das ist auch wirklich sehr gut und ich bin nur hier, weil ich das tue. Dann zum Beispiel, wenn Menschen beleidigend werden, dann gehe sofort. Ich habe mir in meinem Leben einfach viel zu viel gefallen lassen. Und ich glaube, ich würde es nicht mehr machen und es ist, glaube ich, gut, sich nicht so viel gefallen zu lassen. Und als drittes, du musst niemandem was beweisen, aber man sollte sich auch nicht den Wind aus den Segeln nehmen lassen dabei. Was möchtest du den Leuten mit auf den Weg geben? Also gerade beim Berufsbild der Softwarearchitektinnen, finde ich, vergisst man oft, dass gemeinsame Entscheidungsfindungen und Diskussionen, vor allem im Team, die produzieren die nachhaltigsten Lösungen, meiner Meinung nach. Was machst du in deiner Freizeit außerhalb der IT? Ich spiele gern Ambient auf meinem E-Cello, sieht man hinter mir. Es hilft mir einfach runterzukommen und es ist halt Zeit für mich. Ich bin auch Computerspiel begeistert. Ich spiele gern Science-Fiction und Aufbauspiele. Und ja, dann habe ich mein eigenes kleines Fitnessstudio auf dem Dachboden. Ich schaue dabei gern Serien, also beim Radfahren, auf dem Rollentrainer und beim Krafttraining. Ich schaue dabei gern.